So, also hier kommt man rein, hier links ist unser Bart, hier wird die Dusche hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob das da oder nein, ich denke mal hier kommt Waschbecken hin, hier die Toilette. Dann haben wir einen schönen Absatz zum Dekorieren. Hier haben wir dann nochmal Stauraum im Flur, das ist super. Hier links geht es in die Küche. Das hier wird das Kinderzimmer oder Büro erstmal. Und wenn man aus dem Kinderzimmer, Büro, wie auch immer kommt, links direkt ist das Schlafzimmer. Bei der Tür sind wir uns nicht sicher, ob die noch bleibt oder ob die wegkommt. Und das hier ist wieder unser Wohnzimmer. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020